Wir kommen der Offenbarung langsam zum Schluss. Und zwar möchte ich lesen von Offenbarung 22, Vers 10 bis 13. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir und um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch versteht, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Wir haben ja gesehen, dass der Herr am Anfang der Offenbarung letztendlich praktisch Schritt für Schritt hineinführt. Zuerst der Herr Jesus Offenbarung und jetzt am Schluss, nachdem wir ja diese Abläufe, die ja eher prinzipiell sind, als so, dass man jetzt darauf spekulieren könnte. Nachdem man die jetzt versteht, geht jetzt die Bibel hin und zeigt nochmals zum Schluss ein paar Grundprinzipien, bevor sie das Buch abschließt. Und ich denke, das ist von großer Bedeutung. Die Offenbarung hat als Buch hauptsächlich die Aufgabe, unter anderem diese Grundprinzipien Gottes zu offenbaren. Und hier haben wir ein ganz wesentliches Grundprinzip heute Abend, das geistlich eine riesige Rolle spielt. Und zwar, man könnte es auch den Sauerteigeffekt nennen. Und zwar hier ist jetzt etwas, Vers 10 beginnt er und sagt ganz einfach, Er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wir sehen ja nachher dieses Prinzip der Ausreifung. Das ist ein geistliches Prinzip, auf das wir gleich eingehen werden. Aber zuerst einmal ist es ganz wichtig, er sagt, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, diese Offenbarung, diese Weissagung, wo Gott hier letztendlich seine Zukunftswege offenbart, sind von der Bibel her verständlich. Die Offenbarung ist kein Buch, das ein Geheimnis darstellt. Wir haben das ja gesehen, dass es eigentlich so gut wie kein Geheimnis gibt. Das ist ja alles relativ logisch und einfach. Ich darf nur daran erinnern, wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt, dann weiß man zum Beispiel, wer ist der Schwanz des Drachen? Jesaja 9, Vers 13 und 14 sagt, der Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet. Damit ist das Bild schon entschlüsselt. Wer ist Sonne, Mond und Sterne? 1. Mose 37 sagt, Sonne, Mond und Sterne ist Isaac, Entschuldigung, ist Jakob seine Frau und die zwölf Kinder. Also von daher relativ einfach. Das heißt, die ganze Offenbarung ist für sich nichts Neues. Das ist nicht einmal eine Offenbarung. Die Endoffenbarung hatte Paulus laut Kolosser 1. Sondern er sagt hier, letztendlich versiegle es nicht. Das heißt, es ist letztendlich verständlich. Wir können das verstehen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, dass das eigentlich für uns auch dann kein Buch mehr ist, wo man Angst davor hat. Das Einzige, das möchte ich betonen, das Einzige, was versiegelt bleibt. Und das ist auch etwas, was wir nicht wissen können, was wir auch nie wissen werden bis zum Schluss. Was als Geheimnis wie eine Decke drüber bleibt. Das ist Offenbarung 10, Vers 4. Und zwar, das muss so sein, weil es genau vor der Entrückung stattfindet. Das heißt, damit setzt Gott vor der Entrückung. Eine Serie von Gerichten, die letztendlich das Ganze so, ich sag's einmal, maskiert, dass man nicht rechnen kann. Das heißt, dass die Wiederkunft Jesu Christi eine Überraschung sein wird. Und zwar, er sagt hier, Vers 4. Das heißt, für die ganze Offenbarung, das ganze Buch ist entschlüsselt, ist nicht versiegelt, ist für uns vollständig begreifbar, bis auf die sieben Donnergerichte. Nie wird jemand die sieben Donnergerichte begreifen. Wenn auch jemand auftritt und sagt, ich habe Offenbarung, ich verstehe die sieben Donnergerichte, das ist Unsinn. Weil er sagt, ganz klar, versiegle es, man kann es nicht verstehen. Das heißt, vor der Entrückung, und ich denke, da ist ganz wichtig, in Vers 6 und 7 ist ja nochmals der Zusammenhang. Dort heißt es, es wird keine Zeit mehr sein. Und dort steht im Griechischen Kronos. Da kommt nur der Kronometer her. Kronos ist immer die normale Zeit, der normale Zeitablauf. Er sagt also, es wird keine Zeit mehr sein. Es gibt, und das ist eindeutig, wenn man den Text genau liest. Es gibt für eine bestimmte Personengruppe keine Zeit mehr. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Und wir wissen, wer das Geheimnis Gottes ist. Wer hat es ja studiert, das Geheimnis Gottes hat viele Schattierungen. Unter anderem ist es die Gemeinde und die Vollendung der Gemeinde. Und er sagt hier ganz klar, die sieben Donner, letztendlich, die sind davor. Und bevor das alles passiert, sind die sieben Donner. Das heißt, wir wissen gar nichts. Wir können überhaupt nicht sagen, was passiert. Vor der Entrückung werden diese sieben Donner ablaufen. Und die werden alles so durcheinander bringen. Da wird kein Mensch mit rechnen, was passiert. Ich sage es mal ganz hart. Wer weiß von uns zum Beispiel, ob nicht AIDS eines von den Donner gerichtet ist. Wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was die Donner beinhalten. Das kann alles sein. Das kann ein Weltkrieg, denke ich nicht. Aber das können Kriege sein, das können Zeugen sein, das können Dinge an Sonnen, Mond und Sterne sein. Das ist alles möglich. Aber wir wissen das nicht. Also kann kein Mensch rechnen. Wir können die Zeichen der Zeit beurteilen. Ich kann aufgrund der Offenbarung sagen, wir sind relativ weit. Ich persönlich glaube, als ich sage, ich glaube, dass wir mindestens über Offenbarung 6 raus sind. Wir sind bereits raus. Schau, es passiert. Aber was da genau davor geht, weiß kein Mensch. Und das ist versiegelt, aber der Rest der Offenbarung nicht. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich möchte auch nochmal auf Teil 1 verweisen, wo wir das ja auch studiert haben, was die Offenbarung für Bilder hat, wo die ganze Entschlüsselung ja eigentlich angefangen hat. Was jetzt hier wichtig ist, er sagt hier, versiegle es nicht, denn die Zeit ist nahe. Und da steht jetzt im Griechischen wieder ein anderes Wort wie vorher bei Kronos. Da steht das Wort Kairos. Und das Wort Kairos heißt eigentlich, wenn man es ganz einfach übersetzt, der richtige Zeitpunkt. Das heißt, der göttlich gewählte Zeitpunkt. Das kann auch ein menschlicher oder richtiger Zeitpunkt sein. Das heißt, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde oder sinngemäß, müsste es heißen, praktisch, der richtige Zeitpunkt oder der Zeitpunkt, wo das passieren wird, ist nahe. Und ich lese mal die ganze Bandbreite. Es heißt hier, dieses Kairos bedeutet das rechte Maß. Und zwar, da ist das Maß der Sünde voll. Das muss uns einfach klar sein. Da ist von Gott her alles erfüllt. Das richtige Verhältnis. Das richtiges, rechtes, passendes, angemessene, zweckmäßige. Von Gott her ist jetzt die Stunde gekommen. So muss man das sehen, was das Wort bedeutet. Der rechte Ort, wo die Wiederkunft passiert. Der rechte Platz, der passende Punkt, der richtige Fleck, der geeignete, die günstige Stelle. Rechter Zeitpunkt, richtiger oder günstiger Augenblick. Passende, gelegene, festgesetzte, bestimmte Zeit. Gute Gelegenheit, glückliche Stunde. Das Wort heißt auch zu seiner Zeit, zur rechten Zeit, rechtzeitig und so weiter. Man sieht auf jeden Fall, auch wenn man jetzt zu drittens geht, überhaupt Zeit, Stunde, Augenblick, Zeitumstände, Zeiten, Verhältnisse, Lage, Aussichten nach Zeit und Umständen. Das heißt, man muss das einfach nüchtern auch so übersetzen, dass man sagt, ganz frei würde das bedeuten, denn die Zeit ist nahe. Wenn letztendlich von Gott her die Umstände, wenn das alles eintritt, dann passiert es. Das heißt, Gott wird es so gestalten, dass wenn diese Abläufe der Offerbarung beginnen, dann wird sich Schritt für Schritt dieses ganze Offerbarungsszenario erfüllen. Und wenn es den Punkt erreicht hat, diesen Kairos, diesen richtigen Zeitpunkt, dann löst die Entrückung aus. Wir wissen ja, dass zum Beispiel eine Person die Entrückung auslösen wird. Wir wissen, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann mit dieser Bekehrung praktisch schließt sich die Vollzahl der Heiden und es kann sich niemand mehr bekehren und die Entrückung wird ausgelöst. Also in dem Sinne muss man das sehen, nicht in dem Sinne, dass es jetzt hier heißt, es ist nahe. Das haben wir ja immer uns vorgeworfen, dass schon der Johannes glaubt hat, die Entrückung würde gleich geschehen. Das ist aber nicht gemeint. Das nahe, das ist ein Wort, eigentlich vom Deutschen her ist nichts Besonderes. Räumlich, in der Nähe oder nahe heran, nahe bei, von geringer Entfernung, benachbart, naheliegend und so weiter. Nahe bevorstehen, bald kommend, auch bald nach. Zuletzt kann das auch heißen, es hat also so eine Bandbreite, genauso wie Kairos, dass einfach alles gemeint ist. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Gott will, dass wenn jemand die Offerbarung liest, dass er am Schluss auch sich das nochmal vergegenwärtigt. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Wir, die Leser in der heutigen Zeit, für uns gilt natürlich diese Aussage ganz, ganz, ganz gravierend, weil bei uns alles abgelaufen ist. Das heißt, diese ganzen Prozesse sind durchgelaufen. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, was passiert ist. Wir haben gesehen, wie eine Christenheit in einem unvorstellbarer Maß praktisch zu Boden geworfen wurde. Wir haben gesehen, wie hier die antichristlichen Zustände massivst eintreten. Wir sehen heute weltpolitisch Dinge, die es noch nie gegeben hat. Wir sehen den Staat Israel, wir sehen den Streit um Jerusalem, wir sehen alles, was prophezeit wird. Und vor allem sehen wir, und da kommen wir nachher gleich drauf, wir sehen die Gesetzlosigkeit. Das heißt, das alles ist jetzt passiert. Die Zeit ist nahe. Wenn man jetzt wirklich sagen kann, so, jetzt ist das nahe passiert. Jetzt ist alles eingetroffen. Jetzt ist es abgelaufen. Jetzt passiert es dann wohl bei uns. Also in diesem Sinne sind auch die Stellen gemeint. Aber was mir jetzt wichtig ist, ich möchte hauptsächlich heute diesen Vers 11 betrachten. Jetzt sagt er plötzlich, obwohl die Zeit nahe ist, sagt er praktisch, das ist jetzt interessant. Was würden wir schreiben, wenn wir die Offenbarung geschrieben hätten? Das ist keine Frage. Ich hätte da jetzt reingeschrieben, menschlich. Und weil das so ist, weil die Zeit nahe ist, darum tut Buse. Aber das sagt Gott nicht. Und Gott sagt was völlig anderes. Er sagt, wer Unrecht tut, der tue es weiter. Wer unrein ist, sei weiter unrein. Der Gerechte sei weiter gerecht und so weiter. Der Heilige, der Heilige sei weiter. Das heißt, er sagt praktisch, es wird ausreifen. Er zeigt hier ein geistliches Prinzip. Und das ist dieses Prinzip der Ausreifung. Das heißt, in der Endzeit, in dieser letzten Phase, wird alles ausreifen. Sowohl das Böse als das Gute. Und jetzt sage ich es einmal so. Wir kennen die alle Römer 1, Abvers 18, wo es heißt, eine der Formen des Gerichtes Gottes ist ein Dahingeben. Das heißt, es gibt Punkte, wo Gott nicht mehr zu den Menschen redet. Er straft sie noch nicht, sondern er lässt sie einfach laufen. Aber das ist das schlimmste Gericht, was Gott einem Menschen verordnen kann. Wenn nämlich Gott dem Menschen letztendlich einfach die Zügel schleifen lässt und er lässt ihn tun, was er will, dann kommt eigentlich letztendlich das zustande, was hier steht. Dann reift das Böse aus. Dann kommt das Unrecht raus. Dann kommt die Unheiligkeit raus. Dann wird das Böse immer wie ein Schneeballsystem, immer stärker, immer größer. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Wir sehen diesen Prozess, der hier beschrieben ist. Den sehen wir jetzt langsam am Höhepunkt zu. Aber jetzt, was interessant ist, er stellt dagegen und sagt, aber der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heile sich weiter. Das heißt, es ist genau das Gleiche. Die Gläubigen gehen immer weiter in ihre Entwicklung. Das heißt, die Gläubigen werden durch diese Umstände immer mehr in die Entscheidung gestellt. Für die Gläubigen bedeutet es immer, mehr zu beweisen, dass man echt ist. Jetzt geht einmal hin und guckt die geistliche Landschaft an. In Amerika ist es so weit, das muss man sich vorstellen, dass die Scheidungsrate bei Gläubigen höher ist als bei der Welt. Das ist unfassbar. Das heißt, hier passiert etwas. Bei den Gläubigen wird dieser Ausreifungsprozess auch geschehen, aber völlig anders. Und zwar bei den Gläubigen wird sich das Echte rauskristallisieren. Das heißt, dieser Zustand in der Welt, wo die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit und die Unreinheit überhand nimmt, die wird die Gläubigen so bedrängen, dass das Echte sich erweisen muss. Das heißt, in so einer Zeit wie heute können sich die Unechten nicht lange halten, weil die Kräfte von außen zu stark werden, die kippen um. Und das ist eines der Hauptprinzipien der Endzeit. Diese Ausreifung fordert von den Gläubigen das Letzte. Da werden die Echten herausgearbeitet. Sie kristallisieren sich heraus, gleichzeitig greift aber das Böse aus. Es wird immer böser, auch in die Gemeinde. Es wird immer bösartiger. Und es wird auch die Christenheit immer mehr, ich sage es einmal, einfach kaputt gehen. Und das, was heute da ist, das ist, worum wir gar nicht reden, das ist eine Katastrophe. Aber ich möchte es biblisch beleuchten. Daniel 12, schon Israel wurde das verheißen. Das ist ein Grundprinzip der Prophetie. Daniel 12, Vers 10. Er redet ja in Vers 9 und sagt praktisch, diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zu einer ganz anderen Aussage. Die Offenbarung ist bis auf diese Donnergerichte vollständig entschlüsselt. Was aber nicht entschlüsselt ist, ist der Daniel. Sondern die Bibel sagt hier, der Daniel wird verschlossen bleiben bis zur Zeit des Endes. Das heißt, in der Endzeit wird plötzlich, wird man den Daniel verstehen. Aber bis zu der Zeit wird prophetisch der Daniel genauso versiegelt sein. Aber dann plötzlich kommt die Erkenntnis. Und ich denke jetzt einmal, wenn man sieht, vor allem Daniel 2, Daniel 7, dieser Staatenbund, wo es heißt, wie der Antichrist dann hervorkommt und diese Dinge, die versteht man dann. Aber jetzt kommt hier wieder das Gleiche. Nachdem das Buch Daniel abgeschlossen ist mit seiner Offenbarung. Und ich möchte zu Bedenken geben, dass mit das Wichtigste, was prophetisch über Israel ausgesagt ist, in Kapitel 12 kommt, zum Beispiel die Not Jakobs aus Jeremia 30, 7. Das heißt, diese letzte Phase, diese letzten dreieinhalb Jahre der Danielschen Jahrwoche, die Not über Israel. Wenn das alles geoffenbart ist, sagt er hier, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden gottlos bleiben. Kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Er sagt also wieder das Gleiche. Der Gottlose wird seinen Weg gehen. Aber der Gläubige, und bei dem ist ein Unterschied, der wird gereinigt, geläutert und gesichtet werden. Und das Gleiche, was die Bibel hier über die Endzeit in Matthäus 24, 39 auch sagt, sie sagt, die Menschheit wird es nicht verstehen. Dort heißt es, ich lese jetzt schon ab Vers 37, Wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam, und sie alle da hinraffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Sie merkten nichts. Das ist der entscheidende Punkt vor der Insel. Auch die Menschen, die sich in der Gemeinde Jesu aufhalten und zu dieser anderen Ecke gehören, zu dem Nicht-Echten, die in dieser Ausreifung aufgerieben werden, werdet nichts merken. Und das ist mit eines der schrecklichsten Ereignisse in der Christenheit, dass du eine absolute Verblendung der Christenheit feststellst. Man darf es ja nur noch sagen, vielleicht in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten darfst du es nicht mehr sagen. Ich sage einfach so, immer mal ganz nüchtern, als ich vor vielleicht, ich weiß nicht wie lange es her ist, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, als es aufkam und du hast noch verkündigt und gepredigt, AIDS ist eine Strafe für Hurerei. Da hat die Gläubigen noch Amen gesagt. Sag heute öffentlich, AIDS ist eine Strafe für Hurerei. Nein, so extrem kannst du nicht sein. Und es ist ja nicht jeder, der das kriegt, ein Hure und ein Ehebrecher, sondern es kann ja auch sein, es ist lediglich Blutübertragung. So geht es dann los. Jemals hat mein Bruder gesagt, verstehst du, Fernseher ist nur ein Vorstufe. Ich bin überzeugt, dass das Bild des Tieres eher mit dem Computer, eher mit Handys, also mit Kleinbildern, mit Mikro zu tun hat. Aber dass man auf die Dächer in Talfingen diese Parabol-Spiegel sieht und dass dort riesengroß Satan draufsteht, immer weiß ich, kann ich sagen, also wenn man das nicht mehr begreift, was da sich abspielt, dann kann ich niemandem mehr helfen. Der Teufel ist so offen, dass es noch draufschreibt. Ich habe es mal meinem Bruder gesagt, der Bruder ist genauso gekippt wie alle anderen, sagt er zu mir, ach Karl Hermann, sei doch nicht so extrem, das ist doch bloß die Abkürzung für Satellitenantenne. Ich sage, ich bin blöd, natürlich ist das bloß die Abkürzung für Satellitenantenne, aber verstehst du, da steht Satan drauf, riesengroß, wie dumm müssen die Menschen überhaupt werden, da sind wir, wie verblendet alles ist, auch wie die Gläubigen verblendet sind. Das heißt, sie merken nichts, auch in der Gemeinde Jesu merkt man nichts. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, ich habe das schon oft gesagt und das brennt mir auf der Seele, entweder waren unsere Väter Narren, wirkliche Narren, die sich abgesondert haben, die von der Sünde gewichelt sind, die bestimmte Dinge gebrennt magt haben, die nicht in der Sünde lebten, oder wir sind die Narren, die plötzlich sagen, diese Dinge sind alle gar keine Sünde mehr. Wir haben meinen Bruder gefragt, da ging es darum, letztendlich, wegen Ehrlichkeit, dann ging es um das Finanzamt, dann sagt der Bruder, ja, es steht in der Bibel, war ein führender Mann, es steht in der Bibel, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann war ich schon zufrieden, er hat gesagt, Amen innerlich, und dann hat er grinst und sagt, aber, was ist des Kaisers, und damit wollte er sagen, was des Kaisers ist, bestimme ich, ist an dieser Gedankengang, dieser, ich sage mal, dieser Sauerteig, zersetzt die Gemeinde, wir haben das Volk für Hurer, Ehebrecher und Betrügern, und für Okkultisten, und langsam kommt es immer mehr. Wenn ich bloß sehe, was die Gläubigen inzwischen bereit sind, paramedizinische, okkulte Mittel zu akzeptieren, dann bleiben wir die Luft weg. Da muss ich sagen, es ist doch völlig egal, und wenn ein Gläubiger das treibt, ist es hundertmal mehr verwerflich, als wenn es ein Nichtgläubiger treibt, und die Gläubiger treiben das ja selber. Also das heißt zu Deutsch, wir müssen hier wieder nüchtern sein, weder sind unsere Väter nach, oder wir. Man muss einfach nochmal deutlich sagen, auf dem sexuellen Gebiet, jede geschlechtliche Aktivität vor der Ehe ist Sünde. Aus. Das ist biblisch eindeutig. Homosexualität ist Sünde. Auf bestimmte sexuelle Praktiken, erst dritter Mose, es steht vor Gott die Todesstrafe, wenn dann die Menschen sterben. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Man kann jetzt sagen, so extrem darf es nicht sein. Das ist auch nicht extrem. Das ist Gott. Gott richtet mit dem mosaischen Gesetz den Ehebrecher. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Ich habe mich erschüttert. Plötzlich erzählt man mir, oh, die Frau ist so krank, hochgradig, also da geht es auf Leben und Tod. Ich habe mir dann überlegt, die Frau ist krank, die Frau ist krank auf Leben und Tod. Was weißt du von der Frau? Von der Frau weiß ich bloß eins. Ehebruch, das weiß ich von der Frau. Ich kann nur wörtlich die Aussage sagen, meine Frau hat mir das damals erzählt, was da geredet wurde. Dann hat ich gesagt, wisst ihr, von dem reden wir heute, was man sät, wird man ernten. Es reift aus und irgendwann kommt nämlich etwas. Diese Ausreifung hat nämlich eine Komponente, die man nicht übersehen darf. Das heißt, da steckt etwas drin im Kern. Das passieren wird und das heißt nämlich, dass Gott irgendwann die Rechnung präsentiert. Aber wenn Gott einmal beginnt, die Rechnung zu präsentieren, dann wird es schwierig. Also hier ist einfach etwas, wo das Böse ausreift. Und sie merkten nichts. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist eine Grundfeste und Säule der Wahrheit. Wenn das in der Welt passiert, in der Trennzeit, ist das normal. Gehört zur Trennzeit. Aber es ist absolut unnormal, dass es in der Gemeinde passiert. Es ist einfach, es geht nicht. Und bestimmte Dinge, da müssen wir uns einfach wehren. Und zwar bis aufs Blut. Jetzt sage ich einfach etwas zur Jugend. Wir sind nicht der Hase frei. In der Gemeinde Jesu hat nicht die Jugend, die Zukunft, sondern die Geheiligten. Und wenn wir die gesamte Jugend verlieren würden, wegen dem, weil wir hart sind zu der Sünde, dann verlieren wir sie halt. Das müssen wir einfach mal so deutlich sagen. Ist mir völlig egal. Sondern ob alt oder jung, kein anseherter Person. Es geht um Sünde. Und die Gemeinde hat rein zu sein vor der Sünde. Sie hat sich zu wehren. Und sie hat notfalls gnadenlos vorzugehen. Wenn sie das nicht tut, dann passiert was. Dann kommt langsam aber sicher irgendwann das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes trifft immer zuerst einzelne Menschen. Und das Gericht Gottes trifft im Endstadium eine Gemeinde, die man den Leuchter umschmeißt. Irgendwann schmeißt der Leuchter um. Und dann ist aus. Wenn Gott den Leuchter einer Gemeinde umgeschmissen hat, dann ist aus. Ich fürchte nur zwei Dinge, sage ich ganz ehrlich, vor Gott her. Ich fürchte nur, wenn Gott einen Menschen, ob ich das bin oder ein anderer, wenn Gott einen Menschen mal laufen lässt und dahin gibt, dann ist aus. Und genau das Gleiche ist, wenn er den Leuchter einer Gemeinde umwirft, dann ist aus. Da kannst du dann Gemeindewachstumsprogramme machen, da kannst du die tollsten Evangelisten einladen, du kannst machen, was du willst, das ist aus. Weil Gott sie umgeschmissen hat. Das ist vielleicht noch außerhalb in der Hülle noch eine Gemeinde. Aber biblisch gesehen ist sie keine mehr, die ist vorbei. Und um das geht es. Diese Ausreifung hat gravierendste Auswirkungen auf unser persönliches Leben und auf die Gemeindeleben. Und man muss lernen, geistlich mit dem umzugehen. Aber was ganz wichtig ist, die Bibel sagt, sie merkte nichts. Menschheit merkt nichts. Die Gläubige merken nichts. An dieser Frage wird sich entscheiden, wer in der Endzeit auch als Gemeinde überlebt. Bin ich tief überzeugt. Ich habe es euch ja erzählt. Ich war da oben auf dem Missionszelt. Sofort, kaum hat er mir ein paar Sätze gewechselt, sagt er und hinterher gibt es Kaffee und Kuchen. Das ist der Zeitgeist, der einbricht in die Gemeinde. Ich sage mal, was das ist. Mir ist das völlig egal. Die Leute kommen nachher und sagen, du Böse, Karl Harman hast du wieder geketzt. Wisst ihr, was ist geistliche Hurerei in Rheinkultur? Es ist unehrlich bis zum Gehtnichtmehr. Wenn man die Menschen vorgaukelt, man will sie bewirten, ist nicht zu ihnen. Anstatt, dass man vor sich hin steht und sagt, komm her. Wenn du jetzt zu uns hier kommst, wir haben nur ein Ziel. Du bist ein Sünder, du fährst in die Hölle und hier geht es darum, dass du nicht in die Hölle kommst, dass du gerettet wirst. Hier geht es darum, dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu begegnen. Es muss klar sein, wenn jemand da reinkommt. Keine Heuchelei, dass man die Leute da lockt mit Tricks und Ähnlichem. Mit solchen Mitteln arbeitet die Sekte, aber nicht die Gemeinde Jesu. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen klar sein, dass jeder weiß, um was geht es hier. Das ist genauso, wenn man sagt, oh, jetzt müsst ihr moderne Lieder singen, jetzt müsst ihr moderne Lieder singen, wen will ich denn locken? Ich will gar niemanden locken. Ich will Lieder der Erweckung singen, ich will Lieder singen, die wirklich geistlich sind. So wie es der Paulus in Kolosser 3,16 sagt, diese geistlichen Lieder, das hat doch mit dem nichts zu tun. Das sind schon konservativste Brüder zu mir gekommen und haben gesagt, Karl Hermann, du weißt du, wir schätzen die Albstadt, aber weißt du, du sollst schon mal ein bisschen gucken, dass eure Lieder hier aufgepeppt werden. Das ist eine Guide-Kant-Worte, das wusste, was ich sagen will. Es ist ein riesen Problem, wir sind nicht modern, ich möchte mal etwas sagen, sondern wir sind klar geistlich, und um das geht es in der Insel. Es geht um geistliche Klarheit, es ist um gar nichts. 2. Timotheus 3,1 Warum? Weil Gott einen bewussten Gegenpol bildet, zu dem, was in der Welt läuft. Je krasser die Welt wird, je klarer muss die Gemeinde stehen, als Säule und fest in der Wahrheit. 2. Timotheus 3,1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht der Wort, und zwar das gleiche Wort, wie Matthäus 8, Vers 28. Und wenn man Matthäus 8, Vers 28 liest, das ist im Griechischen selbe, dieselbe Wort, Wortwahl. Dort heißt es, da kamen aus den Gräbern heraus Besessene, und die waren sehr gefährlich. Schalepoi. Und hier steht das gleiche Wort. Das heißt also, es werden schlimme Zeiten sein, Zeiten, die genauso sind, wie die zwei Besessenen. Das heißt, es wird eine Zeit sein, die vom Okkultismus geprägt ist. Wisst ihr, ich habe ein Problem, ich war alt. Das heißt, ich bin ja früher Sportler, und immer wieder, wenn ich immer ein bisschen Sport treibe, verwisst es mich. Ich bin relativ oft, das ist seltsam, aber ich bin relativ oft bei einem Physiotherapeut. Ich habe inzwischen, ich wechsle die manchmal, ich gehe einfach zu jemand anderem. Jetzt bin ich zu einem Neuen, jetzt habe ich schon Freude gehabt, weil viele Dinge hast du nicht gesehen, jetzt habe ich schon die Hoffnung gehabt, das ist schon mal ein normaler. Du kannst heute zu keinem Physiotherapeut mehr gehen, wo nicht Akupunktur an der Wand hängt. Akupunktur ist eine chinesische Religion, Yin und Yang. Da geht es darum, um die Meridianlinie. Und zwar, die glauben, dass der Mikrokosmos und der Makrokosmos in ein Gleichgewicht gehören. Also man hat es so, mit einer Nadel praktisch bringen sie wieder das Gleichgewicht zurück. Und damit ist der Mikrokosmos und der Maskrokosmos wieder im Gleichgewicht. Das ist reinaßiger Okkultismus. Genauso Iris-Diagnose, das ganze Zeug, ist nichts anderes als eiskalte Wahrsagerei. Das ist Okkultismus in Reinkultur. Das heißt, hier ist etwas passiert, hier kommen schlimme Zeiten. Ich sage euch gar nicht, was man alles redet, was bei bestimmten Politikern passiert. Ich weiß jetzt ja nicht, ob es stimmt. Aber wenn nur 10% stimmt von dem, was da hinter der Kulisse sich abspielt, man sagt ja in Taifing ist so ein bisschen eine Dank und Nacht. Und das heißt zu Deutsch, dann wird es finster. Es soll namhafte Politiker geben, die zum Beispiel im Koffer, wo ich meine Bibel drin habe, haben die eine Flasche mit Blut, weil sie praktizierende Satanisten sind. Da habe ich auch nichts dazu. Kann man sich nicht vorstellen, was da alles abläuft. Wir müssen es einfach sehen. Und jetzt guckt mal die Weltpolitik an. Ihr dürft etwas nie vergessen. Die Endzeit ist die Blütezeit des Teufels. Und die Endzeit ist geprägt von antichristlichen, geistlichen Linien. Und etwas ist ganz eindeutig. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Ihr werdet angelogen an jeder Ecke, wo ihr irgendetwas kriegt, werdet ihr angelogen. Und es gibt nur einen Ort, wo das nicht der Fall sein darf. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Warum? Weil dort der Geist der Wahrheit herrscht. Weil dort das Wort der Wahrheit ist. Das geschriebene Wort. Und weil dort der Herr der Wahrheit ist. der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil dort der Herr Jesus ist. Das ist der einzige Platz auf der Welt, wo die Wahrheit ist. Und der Rest ist Lüge. Das müsst ihr einfach haben, weil sie sich vergegenwärtigen. Und Geschwister, ich sage nochmals, das was die Welt uns auch vorgaukelt, ich sehe immer mehr Gläubige, die ihre bestimmte Unzufriedenheit plötzlich beginnen, sich der Welt zuzuwenden. Lasst euch nicht das Boxern jagen. Das ist eine Lüge. Das ist ein Trick. Das ist im Teufel ein dreckiges Ding, wo er die Leute versucht, auf seine Seite zu ziehen. Das ist Blöf. Eiskalter Blöf. Ist völlig egal, was es ist. Aber es ist Blöf. Ob es Beruf ist, ob es Ehe ist, ob es letztendlich das Finanzielle betrifft, egal was es betrifft, das ist Blöf. Immer mehr Gläubige triffst du, die haben, das machst du ihnen an, wenn du mit ihnen redest, die haben den Eindruck, sie haben etwas verpasst. Das geht seit mindestens 15 Jahren. Das kommt wie so ein Walze über die Gemeinde. Ich habe schon oft gesagt, ich bin erschüttert, was für eine Unzufriedenheit da ist. Wenn ich doch Jesus finde, dann kommt doch meine Seele zur Ruhe. Dann wäre ich doch zufrieden. Dann bin ich doch ein Teil der Lösung und nicht mehr das Problem. Und bei Gläubigen in den letzten Jahren wird das immer brutaler. Die Gläubigen werden immer extremer, immer schlimmer. Das ist dieses Ausreifprinzip hier. Und das kommt daher, weil der Zeitgeist schlimmer wird. Man ist nicht abgesondert vom Zeitgeist und darum passiert es. Es werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Da steht wörtlich das Wort Phileo. Das heißt, sie werden sich selber seelisch lieben. Das ist es. Selbstverwirklichung. Klassische Selbstverwirklichung. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Da steht im Griechischen ohne natürliche Liebe. Nicht einmal das, was normalerweise selbst die Tierwelt hat. Natürliche Liebe zu seinem eigenen, ich sage, zu seiner eigenen Sippe wird mehr da sein. Unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Ich habe heute, wo ich heimfahre, habe ich vom Geschäft, ist folgendes passiert, das muss da bei Freudestatterin wo gewesen sein, da hat es einen Auffahrunfall gegeben. Und dann ist der vordere ausgesteckt, hat das Messer gemacht, hat der andere erstochen, fertig. Das ist Endzeit. Einfach ausgesteckt, den erstochen, weil er aufgefahren ist. Muss ich mir vorstellen. Unfassbar. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben, da steht wieder viel Leo, sie lieben also mit seelischer Liebe das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist die Falle auch der Gemeinde. Ich möchte nochmal eins dazu sagen. Wo die Gemeinde bedrängt wird, wo sie unterlaufen wird, ist in der Regel wieder bei der Jugend. Und jetzt sage ich es mal ganz hart, wir müssen aufpassen, dass wir weder der Jugend, noch den Alten, noch den Normalen, anfangen etwas zu bieten. Die Gemeinde Jesu ist nicht dazu da, Leute zu unterhalten. Sie ist nicht dazu da, etwas zu bieten, sondern sie ist dazu da, letztendlich Gemeinde im tiefsten Sinne des Wortes zu sein. Grundfeste und Säule der Wahrheit. Da geht es um das Wort Gottes, und es um gar nichts. Da geht es um die Person Jesu Christi, und das ist ihre Aufgabe, und der Rest ist zweitrangig. Hier müssen wir aufpassen. Eine ganz gefährliche Sache. Sie lieben mit seelischer Liebe das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, oder der Gottseligkeit, da steht äußere Beie, ja. Das heißt, man hat immer noch einen frommen Schein, deren Kraft aber, die Kraft der Gottseligkeit, die Kraft der Gottesfurcht, die verleugnen sie. Paulus ist ganz eins gehalten, sagt, von solchen, wenn du dich hab, absonderung. Schau, der Grund, warum wir mit manchen Gemeinden nicht zusammenarbeiten, sage ich ganz hart, schau zu. Wissen, da gehört dazu, darf ich mal Deutsch reden, dann kriege ich wieder Schläge dafür, ist mir aber völlig egal. Man macht Frauenfrühstücke. Man macht jede Form der Lockung, um die Menschen zu holen. Jede Form der Lockung. Die Bibel ist die fraudige Hilfe in des Mönnes. Das hat viele vergessen. Jetzt muss man einfach die Frauen mal sagen, Schwestern darf ich sagen. Malachi steht, auf ihrer Kochtöpfe steht geschrieben, heilig dem Herrn. Ich stelle fest, wie bei den gläubigen Frauen immer mehr das bröckelt. Aber die Männer sind auch besser. In der Bibel steht, die Männer sollen nicht vorstehen. Die Männer werden immer lascher und feiger. Das ist parallel. Es geht beides parallel. Es ist bloß die Frauen, sondern die Männer sind genauso schlimm. Endzeitscheinung. Wenn man das sich in Ruhe anguckt, dann muss man etwas sagen, es ist im unerlösten Menschen drin. Auch diese Unreinheit, die er dann erspricht. Er sagt, diese Ungerechtigkeit, diese Unreinheit, dieses Böse, dieses Endzeitliche, das steckt drin, bis aufs Blut. Jesaja 64, 5 Wir sind alle gesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn Gott mich dahin gibt in die Gewalt meiner Sünde, in die Gewalt meiner Missetat. Und er sagt, das ist das Kleid der Ungerechtigkeit. Das ist die Unreinheit, die drinsteckt. Das ist die Sündenatur. Und der Gläubige muss, das ist ja der Grund, warum Gott Heiligung befiehlt, dass er diesen Dingen aus dem Weg geht. Das ist alles. 2. Timotheus 3, 13 Jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz, ganz Extremem. Ich habe es lange auch nicht erkannt, wie ich es dann erlebt habe. Ganz massiv erlebt habe. 2. Timotheus 3, 13 Böse Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ich habe festgestellt, Verführer, klassische Verführer, die andere Menschen verführt haben, die waren selber, ohne es zu merken, die waren genauso verführt, die waren reingelegt, die haben es überhaupt nicht gemerkt. Die haben weiterhin verführt, was überhaupt noch verführbar war, waren selber aber vollkommen verkauft. Wisst ihr, was passiert ist? Ich werde es nie vergessen. Eines Tages hatten wir eine Konferenz, wo es um so einen Mann ging. Wir haben ihn gestellt. Und dann sagt der Mann, da bin ich aufgestanden, oder was aus. Dann haben wir gesagt, so jetzt ist es aus. Dann geht der Mann hin und sagt, das war so wie ein kleiner Vortrag, und erklärt und sagt, nicht der Verführer ist schuld, sondern der Verführte ist schuld, weil der Verführte den Verführer dazu animiert hat, ihn zu verführen. Und jetzt fast verrissen. Ich bin aufgestanden und gesagt, jetzt ist es aus. Wisst ihr, das war der Höhepunkt. Öffentlich sagt das jemand. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Diese Sündenatur wird ausreifen in der Endzeit. Und die Unechte werden sich demaskieren. Das, was jahrelang verborgen war, wird in der Endzeit rauskommen durch diese Ausreifung. Und dann wirst du alles sehen. Und die Verführung wird überhand nehmen. Und die Verführung wird galoppieren. Anders kann man es nicht mehr sagen. Und der Jesus hat es so deutlich gesagt, Matthäus 24, 12, Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, die Gesetzlosigkeit ist gefährlich. Auch die Gesetzlosigkeit dieser Welt, sie wird auf uns Gläubige wirken, dass die erste Liebe zum Herr Jesus weggeht. Das heißt, das ist nicht was Neutrals, wo wir hier drinnen sitzen und unsere frommen Liedli singen und sagen, guck die böse Welt. Sondern das ist was viel gefährlicher ist. Diese Gesetzlosigkeit greift auf die Gläubige zu. Sie greift sie an. Sie geht auf sie über. Darum müssen wir aufpassen. Schau, der Grund, warum eine Gemeinde letztendlich sich absondern muss. Wir werden nachher sehen, was Gott alles will. Kolosser 3, 23. Bei dieser Sache gibt es ein paar ganz große geistliche Prinzipien, die man beachten muss. Kolosser 3, 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient dem Herrn Christus als Sklaven. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Anseher der Person. Also ich möchte nochmal betonen, kein Anseher der Person. Was jemand Unrecht tut, wird er erben. Und jetzt kommen wir zu Galater 6. Und das ist schon ganz, ganz entscheidender Punkt. Galater 6, Vers 7 bis 10. Und zwar, das ist der Hintergrund hinter unserer Bibelstelle Offerbarung 22, Vers 11. Und zwar, wo kommt diese Ausreifung her? Wo kommt es her, dass der eine Unrecht tut? Dass der eine Unrein wird? Dass es immer extremer wird? Wo kommt es her? Dass der Geheiligte sich heiligt? Dass der Reine rein bleibt? Wo kommt es her? Galater 6, Vers 7. Ich lese jetzt einmal, was hier im Grundtext steht. Das kann ich im Deutschen so eigentlich nicht übersetze, aber das heißt, ihr errt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer hinein in sein Fleisch sät, der wird heraus aus dem Fleisch verdorben ernten. Wer aber hinein in den Geist sät, der wird heraus aus dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, da steht Kairos, zum richtigen Zeitpunkt, werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und jetzt sagt er hier ganz einfach, je nachdem, auch ein Gläubiger, wo du hinsähst, wenn du ins Fleisch sähst, wenn du das immer pflegst, und beim Ungläubigen ist das ja ein Ausreifprozess, wo das Fleisch immer stärker wird, durch den Endzeitgeist, wird etwas passieren. Je mehr du sähst, je mehr wirst du ernten. Beim Gläubiger, je mehr er auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, je mehr er im Geist wandelt, Galater 5, 16, je mehr er in Christus bleibt, je mehr wird das Geistliche stärker werden, und es wird ins ewige Leben münden. Er wird einen klaren Weg gehen, das ist überhaupt keine Frage. Und er sagt, darum lasst uns ein Gutes tun, nicht müde werden. Wenn dann der Zeitpunkt Gottes gekommen ist, dann werden wir, schon ernten, wir dürfen nur nicht ermatten. Er sagt, lasst uns jede Gelegenheit ergreifen. Jetzt kommen wir halt zu was, du siehst, wie die Gläubigen immer egoistischer werden. Der Gläubige fängt immer an, sich um sich selber zu drehen, das ist ein Riesenproblem. Römer 8, 13, da wo ich rein sähe, da werde ich ernten, Römer 8, 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, ihr, die Gläubigen, er schreibt es in der Gläubige Gemeinde, er schreibt es nicht der Unbekehrte, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Lebens tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, er sagt hier, Heiligung ist etwas absolut Wichtiges und das hörst du nicht mehr. Du hörst höchstens von den extremen Brüderrichtungen, Heiligung macht alles der Herr, das ist zwar richtig, wir reagieren auf vollkommene Opfer, aber Heiligung ist eine massive Aufgabe der Gemeinde Jesu, um sich zu schützen gegen diesen Dreck dieser Welt. Das darf nicht so tun, als wäre das für uns problemlos. 1. Thessalonicher 4, 1-8 Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist der Prolog, die Einleitung praktisch zu der Entrückung. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Also er sagt jetzt hier, hier ist jetzt etwas, wo der Herr Jesus den Aposteln besondere Aufträge gegeben hat. Das heißt, dieses Gebot, das jetzt folgt, ist ein direkter Befehl Jesu an die Apostel für uns. Nochmals, das steht jetzt nicht in Evangelien, sondern er sagt hier, der Herr hat den Aposteln einen besonderen Auftrag gegeben, sie sollen das die Gemeinde lehren. Und das kommt jetzt. Denn das ist der Wille Gottes. Wird nochmal betont, ein Auftrag Jesu, der Wille Gottes. Also letzte Stufe des Ernstes. Eure Heiligung. Es gibt in Griechen zwei Wörter. Hagiasmus, Heiligung, ist ein Prozess. Hagiosyne, das ist letztendlich der Zustand. Aber das, was hier gemeint ist, ist ein Prozess. Das heißt, ein Leben, das man führt, ein Wachstum in diesen Dingen. Und da heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Da steht Pornoia, das ist letztendlich das Wort für Hurerei. Also erstens mal, es geht zum Unmoral. Dass ihr euch der Hurerei enthaltet oder der Unzucht, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, und Gefäß ist in der Bibel immer der Leib, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Wisst ihr, was das heißt? Zu kontrollieren. Enkratia ist das griechische Wort, die letzte Frucht des Geistes, Kontrolle. Gratos ist Kontrolle, perfekte Kontrolle ist Gratos. Das heißt, die Bibel sagt hier, es ist absoluter Wille Gottes, dass Heiligung geschieht, dass ein Mensch nicht bloß von der Unzucht sich enthält, sondern dass sein ganzes Gefäß, sein Körper, praktisch in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nimmt. Das heißt, dass er das annimmt. Das hat er nicht von Natur aus. Das hat er nicht. Das ist ein geistlicher Kampf. Er muss es in Besitz nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, dort ist das normal. Jetzt kommt schon ein Punkt. Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart, wenn manche christliche Zeitungen plötzlich schreiben, ein Gläubiger kann Ehebruch begegnen, das kann ihm passieren. Ja, was macht er denn dann? Ich darf jetzt nicht sagen, was ich denke. Aber ich möchte lieber nicht zugucken, was im Pressgericht Jesu Christi auch mit so einem Gläubiger, der sowas verbreitet, passiert. Wenn ich der Autor dieser Zeitschrift wäre, hätte ich völlig anders geschrieben. Hätte ich geschrieben, laut 1. Thessalonicher 4 ist das für einen Gläubiger vollständig radikal ausgeschlossen. Wenn es je irgendwann einmal passiert, ist es die absolute Weltkatastrophe und du spielst mit deinem ewigen Leben und du weißt nicht, ob Gott dir die Ersünde noch einmal Busen gibt. Also ist das für einen Gläubiger tabu, radikal. Das muss klar sein. Dann ist die Finger weg und zwar radikal, weil hier ist ein doppelter Befehl, der Wille Gottes und der Befehl Jesu Christi. Aber jetzt kommen die Gläubiger. Schreibe Bücher. Die Bücher der Gläubigen sind teilweise der größte Dreck. Ich habe mal ein Buch gekauft vom Gläubiger, von einem Mann, der einen großen Namen hatte. Wisst ihr, was das war? Das war die größte Hurerei, die ich je gelesen habe. Das Buch ist eine Katastrophe. Das hast du überhaupt nicht gemerkt am Anfang. Am Schluss sagt er, wenn du es vom Gewissen her kannst, dann drehe ich halt ab. Das muss ich mir vorstellen. So weit ging das. Ach, wenn das Kind, wenn man weiß, ist behindert und dann drehe ich ab. Ein führender Mann in der evangelikalen Welt. Unfassbar. Jetzt kommt er aber weiter und sagt, und das Nächste, Begierde des Körpers, das heißt hier, wenn man mit der Sexualität hier praktisch nicht gehe, Sexualität gehört in die Ehe. Dort ist ja in Ordnung, ist gut. Aber hier, sagt er, wenn es in der Form der Unzucht passiert, das was Gott verboten hat, dann ist es elend gefährlich. Und das Nächste, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor geschrieben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, dritte Meinung. Das ist ein der wenigsten Texte, wo ich drei klare Befehle Jesu und Meinung habe. Wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Muss ich mir vorstellen. Und er sagt jetzt hier, das Zweite ist jede andere Form der Gier, die bewirkt, dass ich beginne zu betrügen, sagt er hier, über Vorteilen. Wisst ihr, da kommen Brüder zu mir und sagen, namhafte Brüder, die wirklich aus Glauben leben und für das Recht Gottes arbeiten und sagen, wer ist ein Problem? Unsere Verwandte, auch gläubig, dann geht es ums Erbe, dann wird Maiskalt über den Tisch gezogen. Wird betrogen. Und ich muss trotzdem sagen, du darfst dich nicht wehren. Sondern du musst ermahnen, aber dann aus. Du musst dir gefallen lassen. Wobei, wenn man natürlich noch guckt, ist es wirklich ein Gläubiger, dann ist es ein bisschen eine andere Ebene wie bei Ungläubigen. Weil die Bibel ganz klar lehrt, wenn dir ein Ungläubiger Böses tut und dir an dir sündigt und schlägt dich auf die linke Wange, dann musst du ihm die rechte hinhalten. Wenn aber es ein wirklich Gläubiger ist, jetzt nicht bloß jemand, der sagt, der ist gläubig, ein wirklich Gläubiger und der geht womöglich noch in die gleiche Gemeinde oder du hast Zugriff, es ist eine befreundete Gemeinde und es ist hier, dann sagt die Bibel ganz klar Matthäus 18 und so weiter. Dann sollst du ihn unter vier Augen stellen. Dann sollst du ihn mit einem Zeugen stellen. Dann sollst du als der Gemeinde sagen, wenn er nicht auf dich hört, die Sünde ist eindeutig, dann halt ihn wie in Heide. Du musst dich absondern von der Person. Das gehört dazu. Aber du kannst nicht zum Richter gehen und den anzeigen. Das muss richtig verstehen. Das geht nicht. Aber man sieht hier, die Bibel sagt ganz klar, diese Ausreifung, diese ist gefährlich und es ist ein Dauerauftrag der Gemeinde, dass sie sich heiligt, dass sie auf der anderen Seite blickt. Wir haben ja der Offenbarung 22, haben wir zwei Bereiche. Wir haben den Bereich des Bösen, das ausreift. Wir haben den Bereich des Guten, das ausreift. Das heißt, Heiligung ist ja nicht für sich die Ampel, die Wegkreuzung, wo man sich entscheidet, links oder rechts. Das ist der Wille Gottes für die Gemeinde, vor allem in der Endzeit. Wenn man weitergeht. Wenn jemand in dieser Art und Weise lebt, dann passiert in der Regel etwas. 1. Petrus 4, 4 Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Stamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Geschwister, es darf uns nicht befremden, wenn du einen klaren Weg gehst, wenn man dich dann lästert. Das ist einfach so. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich bin schon auf dem Finanzamt gewesen und ich hatte 213 D-Mark damals noch, glaube ich, hatte ich Kosten, die habe ich reingeschrieben. Sagt der Finanzbeamte zu mir, schreibt jetzt 600 rein. Wie meint ihr das? Dann sagt er, schreibt jetzt einfach 600 rein. Weil wir gucken bis 600 nicht nach, das ist der Freibetrag praktisch. Ich habe 200. Schreibt jetzt 600 rein, wir gucken jetzt nicht nach. Ich hatte zum Glück Jesus unser Schicksal, das war immer seltsam. Ich habe noch mit ihm geredet, der ist rot geworden. Knallrot. Aber das siehst du, die Menschheit steckt drin, bis aufs Blut. Aber wir Gläubige gehen nicht. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist nicht. Nein. Das wichtigste Wort, was der Gläubige lernen muss in der Renzeit. Nein. Es wird doch viel schlimmer werden. Ich werde erzählen. 1. Johannes 3, Vers 7 Und Vers 10. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dann Vers 10. Denn daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, der ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Wisst ihr, wir haben eine Form von Gnosis. Wir haben eine Form, wo die Gläubige mit dem Hirn allem zustimmen. Wo die Gläubige fromm rausschwätzen. Aber auf das kommt es nicht an. Sondern es kommt geistlich darauf an, was ich ganz praktisch tue. Das Verhalten. Wisst ihr, an dem zeigt sich es, ob ich betrüge, ob ich nicht betrüge. Von dem wird alles abhängen. Nichts geschwätzchen, das was passiert. Offenbarung 19, Vers 8. Während der Volksseher, wer gerecht ist, übe weiter Gerechtigkeit. Wo kommt die Gerechtigkeit her? Was ist das Geheimnis? Es heißt hier, es wurde ihr, nämlich der Frau oder den Weib des Lammes, der Gemeinde, es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu gleiten. Rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Da steht der Wort, das heißt die Kaiomata. Das Wort bedeutet nicht nur Gerechtigkeit, sondern es bedeutet zu gleichen Teilen mindestens die gerechten Taten. Das heißt Gerechtigkeit, die was hervorbringt. Das ist hier gemeint. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und ein Unterschied zwischen dem, der Gott nicht dient. Und dieser Unterschied wird in der Endzeit immer krasser werden. Der wird sich zeigen in Dingen der Unreinheit, der wird sich aber zeigen in Dingen der Gier, in Bescheidenheit in jeder Form. der wird sich zeigen, ob jemand sich um sich selber dreht. Es wird sich zeigen, ob jemand wirklich selbstlos Gott dient und der Gemeinde dient. Das heißt, alle die anderen Dinge sind letztendlich am Teufel sei Spielwiese. Wo der Teufel dann letztendlich die Menschen verrückt macht. Hebräer 12, Vers 14. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung und die niemand den Herrn säen wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ich möchte einfach nochmal betonen. Frieden niemanden mehr. Das ist eigentlich interessant. Wenn jetzt jemand reinkommt, ich sage ihm, du musst die Sünde lassen. Das ist doch nicht schön. Wenn ich reinkomme und sage, Jesus liebt dich. Jesus wird dir helfen. Du wirst deine Probleme. Das gefällt doch jedem, oder? Da fängt doch jeder an. Das wäre auch was für mich. Ich habe Probleme, habe ich genug. Ich muss ihm immer den Preis sagen. Ich muss sagen, wenn du Gott dienst, dann hast du den Teufel zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du die Finchernismächte zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du die Welt zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du eventuell deine Verwandtschaft zum Feind. Hast du eventuell deine Kollegen zum Feind. Muss nicht immer sein. Aber es kann passieren. Man muss den Preis der nachfolgenden Menschen sagen und letztendlich sagen, wenn du Gott dienst, dann hat es et ein Preis und der heißt Heiligung. Ich verdiene mir das ewige Leben nicht. Ich habe es geschenkt bekommen. Aber die Folge der Erlösung ist, dass man Heiligung praktiziert. Das ist der Wille Gottes. Ich will einfach sagen, wenn man oft fragt, was ist denn der Wille Gottes? Relativ einfach. Zuerst einmal Heiligung. 1. Korinther 1,30 Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, wiedergebot, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, er ist meine Heiligung. Das heißt, so wie ich zum Herr Jesus stehe, so wie ich sein Opfer begreife, so wie ich sein Opfer annehme, von dem aus wird es einfach kommen. Wisst ihr, darf ich mal deutlich reden. Wenn du wissen willst, was ein Gläubiger wert ist, dann guck es euch die Bibel an. Dann weißt du, was er wert ist. Ist interessant. Wenn du Versammlung hältst, wo stur biblisch lehrmäßig oder irgendwas stur biblisches gebracht wird, das reizt die Leute nicht. Wenn du aber irgendwas Sensationelles bringst, das sind sie Feuer und Flamme. Da kannst du sie nicht mehr halten. Ist brutal. Ich habe natürlich einen Nachteil. Ich bin ein früherer Pfingstler. Mit Erlebnis kannst du mich nicht mehr reizen. Aber ich stelle immer mehr fest, wie die Gläubigen, die nicht aus dieser Ecke kommen, relativ leicht reizbar sind mit Erlebnissen, mit Sensationen, mit solchen Dingen. Also ich möchte mal sagen, Paulus sagt, lasst uns ein ruhiges, der Harald hat es am Sonntag gesagt, lasst uns ein ruhiges Leben führen. Das ist das Ziel. Ein ruhiges Leben. Bescheiden, unscheidbar, vielleicht für die Welt eher hinterweltlerisch. Ein ruhiges Leben. Nicht spektakulär. Alter Gemeinde, nicht spektakulär. Der alte Bruder hat immer gesagt, Schwarzbrot gibt es zum Essen und nicht seine Törtchen. Seine Törtchen ist nicht schlecht, aber wenn du jeden Tag seine Törtchen kriegst, hat es zwei Auswirkungen. Ein, wenn du krank bist, gehst du auseinander. Keine Frage. Bei Schwarzbrot ist gerade das Gegenteil der Fall. Das ist gesund, das ist ernährtig, schmeckt es vielleicht nicht immer so gut, aber das ist der richtige Weg. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass der Gläubige normal ist. Und Jesus ist meine Heiligung. Das heißt, es dreht sich alles um den Herr Jesus. Bist du, die Gläubige hat immer Sensation. Ich habe das gewusst. Ich habe es gewusst. Es war mir auch völlig egal. Als der Johannes Rampel da war, habe ich schon gewusst, er kommt zu mir. Er hat gesagt, weißt du, Karol, zu Deutsch, immer Sensation. Immer wollen sie den katholischen Priester da vorne stehen sehen. Er hat gesagt, ich sehne mich danach, ein normaler Gläubiger. Das sind meine Worte. Ich sehne mich danach, normal zu verkündigen, in der Berufung, wie ein Gläubiger es tut. Er hat gesagt, kannst du es Sonntag machen? Das war schon klar. Er hat gesagt, lass doch viele sitzen, die denken, jetzt kommt die Sensation. Jetzt kommt der katholische Priester. Dann kam er kein katholischer Priester. Dann kam ein Gläubiger. Der was ganz Normales predigt hat, was wir auch predigen. Und trotzdem war es richtig. Ich begreife, was ich sagen will. Es geht nicht darum, immer etwas Besonderes zu haben, sondern für die Gemeinde Jesu ist die Bescheidenheit, das Normale, das Gedämpfte, das normale Christenlebens, das Normale. Auch nicht die spektakulären Berufungen. Ich habe mich am Sonntag gefreut, wo der Manfred da war. Das ist ein Termin, der Hals über Kopf, fast in Nacht und Nebel, blitzartig geboren ist. War gar nicht geplant, so wie es jetzt gelaufen ist. Jetzt war viel später geplant. Ich bin überrascht worden von der Ausreise. Ich habe mich völlig überrascht. Schock gehabt, wo ich mir mitgekriegt habe, dass er am Sonntag verabschiedet wurde. Oder Bärschock, weil ich denke, da ist jetzt mal was raus. Aber es ist etwas, als ich ihn dann berichtet habe, habe ich gedacht, wunderbar, dass der Mann eine echte Berufung hat. Das hast du gemolkt. Aber da habe ich dringekriegt, dann habe ich gedacht, aber ich nicht. Wisst ihr, es ist ja so oft die Gleitungen, wenn sie das von mir sehen, dann werden alle fiebrig. Wisst ihr, es muss einer dableiben. Sei mal hart. Es muss einer dableiben. Es muss einer Gesangbücher verteilen. Es muss einer Kopien machen. Es muss einer die Leute begrüßen. Es muss einer Einleitung machen. Du musst Leute im Chor singen lassen. Du musst letztendlich Leute haben, die Zeugnis geben auf der Straße. Du musst Leute haben, die hier predigen. Es muss alles dableiben. Wisst ihr, und wir sind das größte Heideland wahrscheinlich in Europa, in Deutschland. Fand so ist es noch schlimmer. Aber statistisch. Vielleicht haben wir sie schon überholt inzwischen. Auf jeden Fall, normal. Heiligung. Jesus ist meine Heiligung. Ich lebe in einem normalen, in einem geheiligten, normalen Leben. Unscheinbar, ohne spektakuläre Dinge. Sprüche 4,18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichtes, das immer heller wird, bis zum vollen Tag. Der volle Tag, die Entrückung. Der volle Tag, die Begegnung mit dem Herrn. Jetzt sagt die Bibel, der Pfad des Gerechten, der wird immer heller werden, bis auf den Tag der Entrückung zu. Und das ist gemeint mit dem Wachstum. Er reinigt sich weiter, er heiligt sich weiter. Wisst ihr, das Ding ist ja so, je düsterer die Welt wird und je mehr ein Gläubiger sich heiligt und reinigt und diesen geistlichen Weg geht, je krasser wird der Unterschied. Je mehr leuchtet er in dieser Welt. Das ist nämlich hiermit gemeint. Es ist nicht so, dass der Gläubige jetzt sich steigert und nochmal einen drauf setzt und noch heiliger wird. Sondern er ist nur normal. Er heiligt sich nur ganz normal. Er bleibt nur wie ein normaler Gläubiger. Er macht gar nichts Besonderes. Aber wenn die Welt immer finsterer wird, leuchtet es immer heller, immer krasser. Und das ist das, dieser Wachstumsprozess. Es geht immer mehr auseinander, die Schäfe. Sprüche 9, 9 Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit, Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das heißt, es nimmt normal zu. Und wenn ein Gläubiger dann zurechtgewiesen wird, dann nimmt es normal zu. Das heißt, auch die Erziehungsmaßnahme Gottes schleudert einen wahren Gläubiger nicht aus der Balsche, sondern sie lassen ihn zunehmen. Wissen Sie, jetzt möchte ich ihm was zur Ehe sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben eine Bekannte Karte, der hat immer gesagt, wenn man was verspricht, muss man sie auch nicht noch halten. Das war seine Haltung. Es gibt Menschen, die stehen hin bei der Ehe und sagen, bis das der Tod entscheidet. Die gehen hin, versprechen vor Gott, das Angesicht, bis zum Ende. Also, sei es mal vorsichtig. Wenn man das alles sieht, dann muss ich euchs kalt sagen, Endzeit heißt Auflösung. Endzeit heißt, diese Dinge werden alle billig. Aber jetzt sage ich es mal hart. Dass das in die Reihe der Gläubiger einbricht, ist für mich ein Schock. Die Gläubiger hat versprochen, bis zum Schluss. Vor Gott. Darf ich mal fragen, wie ernst nehmen wir eigentlich noch Gott, dass ein Gläubiger behauptet, so eine witzige Idee kommt, ist ja völlig ausgeschlossen. Die Bibel erlaubt, wenn zum Beispiel jemand völlig in Gleis und wenn Hurerei und bestimmte Dinge passieren, erlaubt die Bibel in Extremsituationen eine räumliche Trennung. Das erlaubt sie. Aber so wie es in der Welt zugeht, dass einfach mir passt der Mann nicht mehr oder mir passt die Frau nicht mehr. Ich weiß, ein Prediger, ein namhafter Prediger, das weiß man nicht mehr. Vater von sechs Kindern. Plötzlich ist er weg. Mit einer anderen Frau. Ja, was passiert da? Ich verstehe, was ich meine. Du musst als Gläubiger dein Hirn praktisch 100% Gott auf der Altar legen. Er darf nicht einmal ein Gedanke in sowas durchs Hirn gehen. Das ist Heiligung. Und je mehr die Welt verrückt wird und je mehr sie das alles treiben, musst du sagen, nein, mit einem stählenden Willen. Nein, ausgeschlossen. Ich gehöre zu der anderen Seite. Ich gehöre zu Offenbarung 22, 11 zum zweiten Teil. Zu denen, die gereinigt werden. Zu denen, die geheiligt werden. die das nicht tun. Die Welt, das tut das was anderes. Die sind sowieso weg. Wisst ihr, und dann, Daniel 12, haben wir vorgelegt, dann wird das zunehmen. Dann wird das Geistliche wachsen. Dann wird die Erkenntnis zunehmen. Dann kommt der Gläubiger langsam in die richtige Bahn. Natürlich wird er sich immer mehr unterscheiden. Das ist einfach so. 2. Petrus 1, 3 bis 8. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit oder Wandel in der Gottesdurch, wie man es übersetzen will, dient, durch die Vollerkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und dann erklärt er hier und sagt praktisch, du musst jetzt praktisch Schritt für Schritt vorgehen. Er sagt, setz alle Eifer daran, Vers 5. Reich im Glauben die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Jetzt sagt er, wenn diese Dinge nicht bloß da sind, sondern zunehmen und wer predigt denn das heute? Ich sage immer, das ist das Hochhaus Gottes. So wird der Haus baut geistlich. Sagt doch den Leuten immer, frag doch immer die Gläubigen, was ist Tugend? Was ist denn Tugend? So ist doch keiner mehr. Wenn ich heute zu meinem jungen Mann sage, du bist jung, du bist allein. Das ist eine junge Schwester, die ist jung, sie ist allein. Das ist eine Bibelstunde, die ist abends, bei Nacht. Du nimmst mit dem Auto, sie in deinem Auto, fährst bei der Gemeinde vor, steckst mit dir aus und nach der Bibelstunde steckst du mit dir ein und fährst mit dir weg. Wisst ihr, was es ist? Unschüttlich biblisch. Tugend wäre, zu sagen, lass uns einen Dritten suchen, der mitgeht, das unanstössig ist oder fahr mit einer Schwester. Begreift? Wenn du das heute den Leuten sagst, die lachen dich aus, auch die Gläubigen. Die lachen dich aus. Gott hat sich nicht geändert. Sondern wir haben uns geändert. Der Zeitgast ist in die Gemeinde reingekommen und diese Offenbarung 22,11 Stelle, da verwischt es, das geht ineinander. Das ist wie, wenn du frisches Wasser und dreckiges Wasser hast. Wisst ihr, habt ihr schon mal gesehen, was passiert, wenn frisches und dreckiges Wasser zusammenkommt? Wisst ihr, wer sich durchsetzt? Der Dreck. Und so ist es im Geistlicher auch. Der Dreck setzt sich leider durch. Das ist ein Problem. 2. Korinther 4,15. Aber jetzt, Paulus, entwickelt das noch mal ganz anders. Und zwar, er sagt hier, denn es geschieht alles um eure Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Wisst ihr, und jetzt sagt Gott plötzlich was ganz anderes. Er sagt, in dem Moment, wie das bei dir persönlich zunimmt, diese Heiligung, dieses Leben in der Bescheidenheit, dieses Leben in der Linie Gottes, dieses Leben dem Lammen nach, je mehr das zunimmt, je mehr du Gnade hast. Die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Je mehr die Gnade Jesu Christi bei dir zum Zielen kommt, passiert etwas, wird etwas passieren, dass nämlich die vielen um dich herum, die Gläubigen, den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes für dich. Wege dir. Jetzt sage ich mal, bockelhart, wenn in der Gemeinde Jesus so viel Unzufriedenheit ist, dann ist es auch wegen dem, weil es sehr wenig Grund gibt, Gott zu ehren wegen den Gläubigen. Ich lese Johannes 1,16 nicht, das ist die Stelle wegen der Gnade. Ich lese 2. Korinther 4,17 dazu. Er sagt hier, Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Es heißt, wenn der Gläubige begreift, dass er für die Ewigkeit lebt und dass das, was er hier auf der Erde ist, nur ein kurzer Übergangszeitpunkt ist, wo er lediglich einen Übergang hat, dann begreift er letztendlich, hier gilt es, dem Lamm zu folgen, wohin es geht, hier gilt es, sich selber zu verleugnen. Wer predigt denn das so? Der Herr Jesus sagt, wer nicht sich selber verleugnet und sein Kreuz aufnimmt, der kann praktisch nicht sein Jünger sein. Ja, was heißt denn das, sich selbst verleugnen? Das ist doch so einfach, das haben die Leute überhaupt nicht begriffen, das liest man runter wie ein frommes Sprüchlein. Wenn ich sage, dass ich mich selber verleugne, dann heißt das zum Beispiel, dass ich Lust zu einer bestimmten Sünde habe und Nein sage, das ist verleugnen. Ich sage Nein zu mir, ich sage Nein zu meiner Lust, ich sage Nein zu dem, was mich reizt, sei Nein. Das ist letztendlich verleugnen. Das ist Heiligung. Wissen Sie, wenn dann der Teufel anfängt, die Gläubigen verrückt zu machen, plötzlich, ja was so passt, jetzt will man ausbrechen, jetzt will man auch als gläubige Frau oder als gläubiger Mann leben, du musst sagen, Verleugner heißt Nein und sagt der Jesus ganz klar, wer das nicht tut, dass er verleugnet, der kann überhaupt nicht der Jünger Jesus sein. Das heißt, Nachfolge ohne Verleugnung gibt es gar nicht. Jetzt muss man auch die Leute in der Evangelisation predigen und wenn du dich bekehrst, dann wisse, was auf dich zukommt, dann hast du dich zu verleugnen und zuerst noch am Recht Gottes zu trachten. Da bekehren sich weniger, bin ich tief überzeugt. Aber die, die sich bekehren, auch mit der Botschaft, die bekehren sich echt. Auf die kommt es auch, nicht auf die andere. 2. Korinther 7,4 Paulus sagt Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Du findest immer mehr Gläubige, die, wenn Bedrängnis kommt, alles hinschmeißen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und der Herr und warum. Und die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Der Paulus sagt, je mehr von dem Druck kommt, je mehr fließe ich über in meiner Bedrängnis. Da ist doch irgendwas anders gepolt. Wisst ihr, wo das gepolt ist? Im Hirn, in der Einstellung, in der Gesinnung. Wenn ich mich selber verleugne, dem lange folgen, wohin es geht, das ist eine ganz andere Einstellung. Dann lebe ich völlig anders. Wisst ihr, was der Zehnte ist? Das ist nicht Neu-Testamentlich. Neu-Testamentlich ist der Zehnte. Wisst ihr, was der Zehnte ist mathematisch? Wenn Mathe nicht so gut ist, aber es ist 10%. Wisst ihr, was Neu-Testamentlich ist? 100. Aber jetzt kommt was Zweites. Wisst ihr, wir sind ja billig. Wir speisen Gott ab. Ich frage jetzt einfach einmal, gibst du die Zehnte von deiner Zeit? Wisst ihr, wie viele das sind? 24 Stunden, 10% davon. Könnt ihr leicht ausregen. Es ist schon 2 und 3 Stunden pro Tag. Für Gott. Wenn ich sage, dass ich jeden Tag die gesamte Gemeinde Kopf für Kopf durchbete, dann hat es auch Gläubige, die glauben mir das nicht. Die sagen, nö. Und ich sage, was denkt der eigentlich? Wieso, wenn ein Gläubiger, jetzt sage ich es mal vorsichtig, da gibt es Gläubige, die lässt den Kapitel Bibel und denken zuerst, es war halt gut. Das können wir auch machen. Du kriegst jetzt jeden Tag ein Stückchen Brot. Dann gucken wir dich einmal so nach 4 bis 6 Wochen an, wie du aus siehst. So sieht dann ein geistlicher Gläubiger dann innerlich aus. Der ist verhungert. Wisst ihr, wo sind denn die Gläubige, die das Wort Gottes zu ihrer Lust machen, die Psalm 1 realisieren, die Tag und Nacht im Wort Gottes leben, die das zu ihrem Ein und Alles machen, die letztendlich für den Herrn leben, die im Gebet kämpfen, wie der Paulus sagt, Titus ist ein Mann, der kämpft im Gebet für uns. Was ist denn das alles? Willst du schlanke Versammlungen, gründe Gebetstunden. Das ist ganz einfach. Da hast du nie Platzproblem, da brauchst du keine Stühle, das ist alles ganz einfach. Versteht? Das ist ganz brutal. Gebetsstunde ist ganz extrem, aber auch Bibelstudium ist nicht mehr. Wisst ihr, die Gläubige sind fett, innerlich, satt. Der Bibel steht, als Jeschuk rund feucht wurde, schlug es aus. Und genau so sind die Gläubige. Sie sind übersättigt. Man schlagt sie aus, innerlich. Das ist ein riesen Problem. Offenbarung 12, 10, erstes Geheimnis. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen, das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten, den herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Seeleleben nicht geliebt, bis in den Tod. Das ist das erste Geheimnis. Das erste Geheimnis, ist, dass man nicht dieser Offenbarung 22, 11, dieser falschen Schiene, diesem Unrecht, dieser Unreinigkeit, dieser Bösartigkeit verfällt, ist zuerst einmal diese ganz einfache Bibelstelle. Der Teufel wird uns verklagen, der Teufel reizt uns, der Teufel wird uns bedrängen. Sagt die Bibel ganz einfach, erstes Mittel, das Blut Jesu Christi, dass ein Gläubiger nicht leben kann, ohne dass er mit der Reinigung des Blutes Jesu lebt. Mir ist heute etwas passiert, das ist mir schon, ich glaube, zehn Jahre nicht mehr passiert. Ich habe heute in einem Anfall von Fleischlichkeit, das ist nicht einmal öffentlich richtig geworden, habe ich ein paar Dinge losgelassen am Telefon gegenüber einer entscheidenden Führungskraft. Ich habe heute das erste Mal seit Jahren, habe ich an meinem Schreibtisch, habe ich mein Schublad aufgemacht, habe zuerst meine Bibel rausgeholt, musste zuerst 51 Stab für mich persönlich beten. Ich musste zuerst gravierend Spuße tun. Ich werde nicht einmal mehr in den Zug kommen. Heißt auch, wie kann das sein? Weißt du, und es ist einfach so, wir brauchen jeden Tag eine tiefgründige Reinigung durch Jesu Blut, da darf man nicht lässig sein, wenn der Heilige Geist uns mannt, dann gilt es. Das nächste, was er sagt, das Wort ihres Zeugnisses wir uns klar zum Heil Jesus stellen, nicht fanatisch, nicht extrem, aber es muss klar sein, wo wir hingehören, links oder rechts. Das nächste, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod, nicht bloß ihr Leben, sondern auch ihr Seelenleben, da steht Psyche. Das heißt, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Das heißt, sie leben nicht ihr Leben, sondern das Leben Jesu Christi. Das heißt auch, ich sorge nicht für mich, sondern ich sorge für das, was der Wille Gottes ist. Das tue ich. Offenbarung 14,4. Genauso wichtig. Das zweite Geheimnis. Diese sind es, die dem Lame nachfolgen, wohin es auch geht. Sie sind aus Menschen erkauft worden als Ehrschlinge vor Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden, worden, denn sie sind unstreiflich vor dem Lame. Sie folgen dem Lame, wohin es geht. Das heißt, wahre Nachfolge. Ich folge dem Lame, wohin es geht. Das heißt, ich bin gehorsam. Ich marschiere hinter dem Herr Jesus 3, wo er mir Fußstapfen vorsetzt, da gehe ich hin. Ich kann nicht treiben, was ich will. Das ist das Problem bei den Gläubigen. Das nächste, wenn man sich das anguckt, er sagt in Vers 4, diese sind jungfräulich Reihen. Das heißt, das hat wieder mit der Reinigung zu tun. Das hat mit der Gesinnung zu tun. Versteht ihr? Einstellung. Busse heißt bloß Meta Neua. Meta ist mit. Also im Genitiv heißt es mit. Und Nos ist Gesinnung. Das heißt, ich gehe einfach Gott mit in der Gesinnung, die er mir vorgibt. Das ist alles. Das heißt, ich tue das, was Gott will. Ich denke, wie Gott will. Wenn Gott sagt, das ist gut, dann ist es gut. Wenn Gott sagt, das ist böse, dann ist es böse. Wenn Gott sagt, das ist so, dann ist es so. Und ich habe keine Meinung. Wenn Gott was sagt, das ist böse. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Text. Er sagt hier, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Das tut die Welt. Das tun die unklaren Gläubigen. Wer unrein ist, der verunreinigt sich weiter. Das tut die Welt, das tun die unklaren Gläubigen. Die Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Das sind die wahren Gläubigen. Das sind die, die Gott wirklich dienen. Der Heilige, heilige sich weiter. Das sind die, die diesen Dingen aus dem Weg gehen. Und da geht der Herr Jesus hin und sagt ganz einfach, siehe, ich komme bald. Und das bald heißt, das ist dieses Entachei, das ist dieses Tachü steht hier. Das heißt einfach, schnell. Er kommt schnell. Jetzt kommen wir zu einem gravierenden Punkt. Ich kann mit dem nicht anfangen, wenn ich denke, nächstes Wochenende ist die Entrückung. Sondern ich muss mit dem sofort beginnen. Ich muss diesen Weg Gottes sofort gehen, weil wenn die Entrückung wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Es wird ein Fallstrick sein, unbeschreiblich. Matthäus 24, 27. Das wird sowas von schnell gehen, da wird kein Mensch darauf eingestellt sein. Da kannst du nicht mehr denken. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen erscheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Den, wo das Aß ist, da sammeln sich die Geier. Das heißt, wo der geistliche Tod ist, da sammeln sich die Dämonen. Und von dem müssen wir weg. Wir müssen bereit sein, wenn er kommt. Er wird kommen wie ein Blitz, wie ein Dieb in der Nacht. Und da steht in 1. Korinther 15, 52. Da steht ja praktisch, ja, das ist auch Verstehung, aber es ist eine Entrückung gemeint. Dort heißt es, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. In einem Augenblick, da steht im Griechischen En Atomo. Das heißt, also Atomos ist auch im Griechischen, ich habe es aufgeschrieben, könnt ihr es nachlesen, ist letztendlich so, dass es kein, kein geteilter Moment ist. Also nicht im Bruchteil einer Sekunde, sondern so gleich wie Atomexplosion. Unteilbar. Blitzartig. Es wird kommen wie ein Fallstrick. Jetzt geht er hin und sagt, praktisch nachdem er diese zwei Dinge gegenüberstellt. Er sagt, wir müssen das jetzt tun, weil der Haus schnell kommen wird und er wird, wenn er kommt, wird er etwas tun. Und das ist von letzter Bedeutung. Und zwar er sagt, er wird seinen Lohn bringen und wird jedem vergelten, letztendlich nach seinen Werken. Und in 1. Korinther 3, Vers 11, das ist das Preisgericht Jesu Christi, dort sagt er nochmals, was beim Gläubiger passieren wird. Er sagt hier, es wird ein Preisgericht geben, das ist ein Feuergericht. Nach der Entrückung. Er sagt, ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das sind die Bekehrten, die wahrhaft Wiedergeborenen. Jetzt passiert etwas. Wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, welches durchs Feuer geoffenbart werden wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, er bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass er den Tempel des Heiligen Geistes sieht? Und zwar, er sagt ganz einfach, je nachdem, was du auf der Bekehrung praktisch folgen lässt, was du baust, wirst du im Preisgericht aussäen. Wenn jemand Gold baut, Gold steht für das Weiße Gottes, für die erneuerte Natur. Silber steht für das Wort Gottes. Kostbare Steine lagert an der Brust Jesus. Das ist die persönliche Beziehung zum Heil Jesus. Was da ist, das wird bleiben im Preisgericht. Wenn aber Holz, Heu, Stroh, dann ist das weg. Holz ist die menschliche Natur. Heu ist Unechtes und Stroh ist Blöff, praktisch wo ich mich selber blöffe. Wo Unechtes geistlich geschieht, es wird verbrennen, das ist weg. Das wird der Gläubige treffen im Preisgericht. Unabhängig davon, sagt aber die Bibel nochmals ganz klar, nicht nur Preisgericht, sondern Römer 6,23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadegabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn ich in Sünde lebe, dann werde ich bezahlen. Und es gibt Stufen. Es gibt Dinge, wo man abfallen kann von Gott, dass man verloren geht. Es gibt aber auch Sünde, wo man nicht verloren geht, wo Gott aber einen Menschen tötet. Also ich sage es nochmal hart, man spielt manchmal zu sehr mit Gott und er sagt, er wird ihm vergelten nach den Werken. Jakobus 2,17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er auch nicht für sich tot. Ein wahrer Gläubiger legt die Spur der Werke. Ist überhaupt keine Frage. Die kann man messen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Epheser 2, Vers 8 ist der Rettung aus Gnade. Jetzt sagt Paulus, was folgt. Er sagt dann als Folge, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, Gott geht letztendlich hin und hat uns Werke bereits mit der Wiedergeburt gegeben. Ein ganzes Paket, das gehört zu unserer Berufung. Und in dem Moment, wie wir richtig wandeln, wie wir offenbar in 22.11. aufleben, wenn wir wirklich es ausleben, was Gott uns gegeben hat, dem Lamm folgt, wohin es geht, im Blut Jesu dauernd gereinigt werden, unser Seelenleben nicht lieben, uns treu zum Heil Jesus bekennen, wenn wir unseren Weg gehen, dann passiert etwas. Dann werden diese Werke erscheinen. Die werden automatisch von Gott ausgelöst. Dann wirst du automatisch diese Werke tun. Und dann sind sie messbar. Wir werden dem Pressegericht daher nicht blöffen können. Er wird uns einfach die Werke ganz einfach hinhalten. Und da wird alles klar sein. Genauso wird es bei den Ungläubigen sein auf Erbarung 20.13. Er wird den Ungläubigen aufgrund ihrer Werke beweisen, dass sie zu Recht in die Hölle fahrt. Das ist keine Frage. Und dann geht der Herr Jesus hin und jetzt sagt er eigentlich was Seelsorgerliches. Wenn du das ja siehst, diese ganze Dramatik, diese Ausreifung, was in der Inzeit passiert, dieser Kampf auf Leben und Tod, dann könntest du ja erschrecken. Und jetzt sagt er am Schluss Vers 13, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt hier, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Ah, und da ist verdeutscht. Das ist aber Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Johannes 1,1 Im Anfang war das Wort, jetzt geht der Herr Jesus hin und ich möchte es fast sagen, er bläutet es uns fast ein. Er trichtet uns richtig nochmal ein. Er schreibt es uns, ist gewisse. Und sagt, alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm. Das heißt, im Anfang war das Wort, der ganze Sinn vor jedem geschriebenen Wort, vor jedem Handler Gottes auf diesem Ort, war er Jesus. Also muss auch mein kleines Leben letztendlich sich um ihn drehen. Wenn ich ein Eigentum Gottes bin durch Jesus Christus, dann muss ich dem Lame folgen, wohin es geht. Dann gehöre ich ihm. Er ist das A und er ist das O. Man sagt doch so schön im Volksmund, das ist das Wichtigste. Was sagt man dann? Das ist das A und das O. Damit meinen wir, das ist das Wichtigste. Was sagt Jesus? Ich bin das A und das O. Was ist das Wichtigste? Jesus. Das heißt, es muss klar sein, das für mein kleines Leben, da Jesus das Wichtigste ist. Muss ich dann sagen, ihr müsst die Bibel lesen? Muss ich dann sagen, ihr müsst beten? Muss ich dann sagen, ihr müsst treu sein? Muss ich dann sagen, ihr müsst euch heiligen? Muss ich das sagen? Das muss ich nicht sagen, wenn jemand klar vor Gott steht. Wenn es klar ist, wenn er das Wichtigste ist, wenn er das A und das O ist, dann ist das gar kein Thema. Dann kannst du nicht mehr leben. Ich habe bei mir festgestellt, ich kann mit Sünden nicht leben. Wenn ich Sünde dulde bei mir, dann zerfalle ich geistlich innerhalb kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du versandest, da kommen meine Fleischlichkeiten raus, da kommen meine Nickelkeiten raus, da bin ich leicht beleidigt, da bin ich leicht gereizt, da bin ich leicht böse, da bin ich intelligent, das kommt alles raus. Wenn ich dann geistlich in den Spiegel gucke, kann ich mich selber nicht leiden. Und da musst du Buse tun. Und komm, habe ich Buse getan, ich verschwindet die Spur, spurlos, schlagartig ist weg. Das ist das, was wir brauchen. Das muss weg. Erst das A und das O. Und dann sagt er, erst der Anfang und das Ende. Die Bibel sagt, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und Offenbarung 19, Vers 13 sagt, er ist das Wort Gottes. Und Offenbarung 3, Vers 8 und 10 sagt, wer das Wort Gottes bewahrt. Sag ich mal, darf ich mal ganz hart fragen, wie bewahrst du das Wort Gottes, wenn es nicht leist? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich leichter tun beim Lesen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich schwerer tun beim Lesen. Das weiß ich, ist auch Freilagung. Ich bin kein Maßstab, ich bin Leseratte. Ich habe schon als Kind in der Pause bis mittags mit dem Unterricht und halber Karl May gelesen. Ich war immer eine Leseratte. Aber unabhängig davon, jeder muss gemäß dem Maß seines Glaubens sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Selbst wenn jemand kein Leseratte ist, kann er sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Es geht. Das heißt, er ist das A und das O. Er nimmt nicht umsonst die Buchstaben, das geschriebene Wort. Logos ist letztendlich der Titel vom Herr Jesus, aber gleichzeitig auch das geschriebene Wort. Ich muss mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und er sagt, er ist der Anfang und das Ende. Ich beginne den Tag mit ihm und der Tag endet mit ihm. Er ist der Anfang. Sein Wort ist der Anfang und sein Wort ist das Ende. Ich beginne jeden Tag mit dem Wort Gottes und ich schließe in der Regel den Tag mit dem Wort Gottes ab. Ich beginne das Wort Gottes mitbeten und ich bete am Schluss mit meiner Frau am Schluss des Tages. Normal. Das ist nichts Besonderes. Das ist das Normalste von der Welt. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Er ist alles normal. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist für mich der Erste, der Wichtigste und der ist für mich der Letzte Instand. Ihr könnt die Bibelstelle, die Parallelstelle nachlesen. Auch die Kolosserstelle. Es ist alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Also sagt die Bibel doch. Ich fasse nochmal unsere Stelle zusammen, die wir gelesen haben. Er sagt ganz einfach, die Zeit ist nahe. Es wird gefährlicher. Das Böse rief immer mehr aus, aber Gott will, dass das Geistliche normal läuft und auch ausrief. Letztendlich geht es da drum, dem Lame zu folgen, wohin es geht. Es geht da drum, in dieser Spur der Heiligung zu gehen. Ich muss mir bewusst sein, wenn der Herr kommt, geht das alles blitzartig und schnell. Er wird den Lohn mitbringen, dann wird abgerechnet, was mein Leben wirklich wert war. Und die Bibel lehrt ganz klar, er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Wichtigste für mich. Er ist das, um das, was ich mich drehen soll. Wenn das der Gläubige tut, dann geht er auch durch die Endzeit. Das heißt, was macht der Teufel? Ich möchte es einfach zusammenfassen. Was macht der Teufel? Er macht genau das, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber er macht genau das, was der Paulus im 2. Korinther sagt. Er bringt uns weg von der Einfalt gegenüber Christus. Er bringt uns durch diese Dinge eigentlich vom Herr Jesus weg. Ich lese offenbar 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Licht, auch eure Gesinnung, mal da was die Einstellung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und zuvor sagt er, ich will euch nämlich als keusche Jungfrau Christus zuführen. Ich will euch in dieser Heiligung leben lassen. Ich möchte, dass ihr mal Jesus dient. Aber der Teufel trickst euch aus. Durch was? Durch die Welt. Es ist die Welt, auch die fromme Welt. Wenn man sich anguckt, wo das steht, er sagt jetzt 14. Und da kommen wir dann, so Gott will es, das nächste Mal dazu. er sagt, glückselig, wer anders handelt. Glückselig, wer einen anderen Weg geht. Wohl dem, der den Weg, den geistlichen Weg geht, der hier letztendlich den biblischen Weg geht. Wisst ihr, das Grundproblem für uns in der Endzeit ist, Gott hat sich nicht geändert, sondern es hat sich was geändert. Der Mensch ändert sich, weil die Endzeit immer schlimmer wird. Die Gemeinde ändert sich, weil sie dauernd abfallen. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Der Zeitgeist, alles ändert sich. Bloß Gott hat sich nicht geändert. Die Gemeinde hat sich nicht geändert. Der Weg der Gemeinde hat sich nicht geändert. Heiligung ändert sich nicht. Bibellesen ändert sich nicht. Beten ändert sich nicht. Buße tun ändert sich nicht. Absonderen ändert sich nicht. Bei Gott ist alles gleich. In aller Ewigkeit. Das ist der große Unterschied. Wenn ich das begreife, dann weiß ich, ich stehe vor Gott und was der Rest macht, interessiert mich nicht mehr. Es ist mir auch völlig wurscht, wenn ich sage, du wirst immer extremer sein. Interessiert mich nicht. Ich kenne Brüder, die sagen, du hast dich seit 20 Jahren nicht verändert, sage Amen. Hoffentlich ist es so. Gleich, normal, gleich. Wenn alle Welt sagt, jetzt machen wir modern, dann machen wir halt und lang nicht Mutter. So ein klarer Weg. So wie es immer war. Wisst ihr, ich sage bloß, das ist zwar ein dummes Sprichwort von der Welt, aber so wie die alten Zungen zu zwitschern nach die Jungen. Wenn das die Gemeinde macht, ist das gar nicht ganz falsch. Wisst ihr, das Erbe der Väter. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so klar vor Augen führst, dass du der Erste und der Letzte bist. Dass du das Alpha und das Omega bist. Das A und das O. Das Wichtigste. Der Anfang und das Ende. Und dass du willst, dass wir nicht den Weg dieser Welt gehen, sondern den Weg dir dem Läumen nach. Du siehst, wie die Welt lockt. Wie die Welt immer raffinierter wird, wie der Teufel versucht, auch die Gemeinde zu Fall zu bringen. Du siehst, wie es jedem von uns nahe geht. Wie es auch mir manchmal sehr nahe geht. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst. Tief gereinigt in deinem Blut. Wirklich mit echter Verleugnung unseres Seelenlebens und voll im Bewusstsein und dem Bekenntnis, dass wir dir gehören, durch diese Endzeit zu gehen. Dass du wirklich der Erste und der Letzte bist. Dass du unser Anfang, unser Ende bist. Dass wir uns um dich drehen. Dass du in unserem Herzen geheiligt bist. Dass du in unserem Herzen der König bist. Der Herr, der Herrin, der König, der Könige. Ich möchte dir dem Lame folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade. Gib uns geöffnete Augen durch den Heiligen Geist. Auch diese Welt zu durchschauen, diese Endzeit zu durchschauen, dass wir in der richtigen Gesinnung dir folgen, wohin du gehst. Dafür danke ich dir. Amen.